Diesmal hat er es geschafft. Schön. Einmal kurz am Lagerfeuer rasten, um ein paar Upgrades zu holen. Den Bogen, den kann ich nicht erhöhen. Könnte ich erhöhen, will ich aber nicht. Pistole. Da kann ich auch nichts machen im Moment. Rückstoß und Schuss. Und hier. Brauche ich jetzt auch nicht so unbedingt. Ne, die kann ich mir alle nicht leisten. Gut. Ne, ne, ne. Das wollte ich jetzt nicht. Der macht mir zu wenig Schaden. Aber jetzt ist eine vollautomatische Schutflinte. Und die hat mehr Munition. Nehme ich mal das Ding. Oh, noch mehr Schussfrequenz. Äh, ne, dann nehme ich lieber, ähm, wo war das? Ne, hier. Ähm, hier Schussfrequenz. Und du. Rückstoß. So, Fähigkeitspunkte. Kämpfer. Komm, nehmen wir einfach mal die. So. Jetzt auch egal. Klingt nicht mehr viel. Alles, was ich brauchste. Äh. Gut, gut. Oh. Doch, doch, doch. Das ist nämlich besser für uns. Oh. Vielleicht auch etwas, äh, gefährlich. Alles ist gut. Das ist immer noch ein schöner Ausblick. Hehe. Ich muss da vorne zum Fenster. Äh. Oh, Mist. Hallo? Hallo? Schön weiter zur Seite. Schön weiter zur Seite. Schön weiter zur Seite. Schön weiter nach oben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein! Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Hm. Wieso komme ich denn jetzt nicht mehr hoch? Ja, ich weiß. Hm. Haha. Muss da gar nicht hoch. Aber hier unten steht nur noch das hier, was wir erklimmen und alles andere in sich zusammengestürzt. Was mache ich denn jetzt? Ne, das ist nicht so geil. Tchuu. Ach so. F, 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 F. F! ... Komm! Schnell. Ich hab, ich hab ne Angst, dass das Ding nachgibt. Erna. Lara, in Deckung! Sophia, wo bist du? Am Katapult. Ah, ich hab die falsche Taste zum Heilen gedruckt. Äh, ja. Vielleicht sollte ich, äh... Äh... ...mit dem Gewehr arbeiten. Na, wo seid ihr Lieben? Äh... Bogen. Gift. Bogen! Der Krav. Guck. 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 Oh, wir haben hier aber ganz schön viel Zeug liegen lassen, ne? Das kann man alles gut gebrauchen. Da liegt auch nichts mehr. Lara, du musst in Deckung gehen. Wir schießen gleich und du bist schutzlos. Ich muss weitermachen. Ich bin dabei. Ich muss da durch. Ja, meine Lieben. Die Pilze kann man auch immer gebrauchen. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich stehe unter dem Schuss. Boah, ne, ne? Ich bin dabei. Ich bin dabei. So? So? Oh, Schüsse. Oh. Danke, Sophia. Fantastischer Schuss. Aua. So, die droppen hier aber ganz schön ordentlich was. Muss ich sagen. Und, äh, ich sollte vielleicht, äh... Nein, äh, Scheiße. So. Da lag noch was. Pilze. Da habe ich ja nämlich jetzt irgendwie was verbraucht, aber... Scheiß drauf. Ne? Ne, ne. Jetzt die Visionskapazität, Schissfrequenz, ähm... Nachladegeschwindigkeit ist ganz geil. Ich habe noch nicht meine... Gut, Finta ausprobiert. Ich fette mir gerade auf. So, ähm... Ich glaube, ich muss da rüber. Die glaube ich ganz danach aus. Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft. Ich glaube nicht, dass ihr damit Wir suchen es weiter. Wir laden das Katapult nach. Moment! Der Helikopter ist zu schnell. Wir werden ihn niemals treffen. Warte. Ich habe eine Idee. Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Wir sind bereit. Ich... Jetzt, Sophia! Ihr habt's gehört! Feuer! Das war's! Dieses Schwein! Schick deine Einheit! Sofort! Ich will sie tot sehen! Hahaha! Haua! Haua! Öff! Wann das alle? Wann das alle? Sieht ganz danach aus, als wären das alle gewesen.